Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 3768. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Stelle eine Leseliste mit Büchern zusammen, die dich wirklich interessieren und faszinieren. Stelle eine Leseliste mit Büchern zusammen, die dich wirklich interessieren und faszinieren. Ich habe keine Ahnung von Technik. Die Reparatur überlasse ich den Profis. Ich habe keine Ahnung von Technik. Die Reparatur überlasse ich den Profis. Ich habe keine Ahnung von Technik. Die Reparatur überlasse ich den Profis. Das freut mich natürlich. Das ist doch klar. Ich komme gerne mit. Das freut mich natürlich. Das ist doch klar. Ich komme gerne mit. Das freut mich natürlich. Das ist doch klar. Ich komme gerne mit. Früher haben wir Filme auf Videokassetten aufgenommen. Es gab verschiedene Formate. Früher haben wir Filme auf Videokassetten aufgenommen. Es gab verschiedene Formate. Früher haben wir Filme auf Videokassetten aufgenommen. Es gab verschiedene Formate. Maria ist eine erfolgreiche Tennisspielerin. Sie hat schon viele Turniere gewonnen. Maria ist eine erfolgreiche Tennisspielerin. Sie hat schon viele Turniere gewonnen. Maria ist eine erfolgreiche Tennisspielerin. Sie hat schon viele Turniere gewonnen. Ich habe den Ball gefangen und lasse ihn nicht wieder los. Ihr seid alle zu unserer Hochzeit eingeladen. Wir freuen uns auf euch. Auf euch! Der Körper eines Babys enthält sogar 70 bis über 80 Prozent Wasser. Vor 40 Jahren haben wir Musik aus dem Radio auf Musikkassetten aufgenommen. Ich beaufsichtige das Lernen meines Sohnes und gebe ihm Hilfestellungen, wenn er sie braucht. Ich beaufsichtige das Lernen meines Sohnes und gebe ihm Hilfestellungen, wenn er sie braucht. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Wir sind zusammen in eine kleine Wohnung im zweiten Stock gezogen. Wir sind zusammen in eine kleine Wohnung im zweiten Stock gezogen. Wir sind zusammen in eine kleine Wohnung im zweiten Stock gezogen. Die Steckdose erhält eine weiße Abdeckung. Die alte Abdeckung war schwarz. Ich bin schon ganz gespannt, welche Überraschung du heute für mich vorbereitet hast. Diese App ist ein Muss. Alle meine Freundinnen benutzen sie. Wir haben die Prüfung zusammen bestanden. Wir haben die Prüfung zusammen bestanden. Die meisten Wege in der Stadt lege ich mit dem Fahrrad zurück. Das ist schneller als mit dem Fahrrad zurück. Die meisten Wege in der Stadt lege ich mit dem Fahrrad zurück. Das ist schneller als mit dem Auto. Stell dich mal vor die Wand. Das sieht gut aus. Stell dich mal vor die Wand. Das sieht gut aus. Können wir aus dem Schnee einen Schneemann bauen? Können wir aus dem Schnee einen Schneemann bauen? Erinnerst du dich an das letzte Mal, als wir Domino gespielt haben? Erinnerst du dich an das letzte Mal, als wir Domino gespielt haben? Das Golfspiel ist für heute beendet. Das Golfspiel ist für heute beendet. Nächsten Mittwoch geht es weiter. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.